Hi und dann herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Genau, wir fahren nämlich jetzt für ein paar Tage mit unserer Oma nach Oberstdorf. Wir waren ja letztes Jahr schon da und jetzt fahren wir wieder hin. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß und los geht's. Hallo. 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 Boah, ich liege hier jetzt in so einer Hängematche. Es ist so chillig. Die bewegt sich mit Mareike. Ich wund da. Mareike? Mareike? Wink mal. Ja, da ist Mareike. So. Also, das Wasser ist sehr kalt. Ich habe Angst, dass mir die Kamera reinfällt, weil ich hier gerade ein bisschen anlärme. Und wo ist sie? Da stimmt sie. Wie ein kleiner Fisch. Auf jeden Fall. Ich lege mich jetzt hier hin, weil das Wasser nicht zu kalt ist. Ich gehe jetzt einfach hier in die Liege und gucke Mareike zu. Und ja. Ja, ich bin der Fan. Ja, ich bin der Fan. Ich bin der Deutsche Fan. Zum Glück sind hier keine Menschen. Also, wir waren ja jetzt gerade schwimmen. Und jetzt fahren wir wohin? Ins Dorf. Genau. Wir fahren jetzt nach Oberstdorf rein und dann gehen wir dort was essen und gucken so ein bisschen. Und ja, wo sind wir jetzt hier in den Zentrum? Laufen? Ja. 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 Genau. Wir sind jetzt hier im Zentrum von Oberstdorf und gucken jetzt mal, ob wir was essen gehen oder so. Wir sind jetzt in einem Restaurant und haben uns gerade einen Flammkuchen bestellt. Heute ist ja Sonntag, deswegen haben eh alle Geschäfte zu. Und ja, genau. Mareike ist glaube ich ein bisschen müde, kann das sein. Ja. Oh, was noch? Unser Flammkuchen ist da. Lecker, ne? Wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück zu unserem Hotel. Also, wir gehen gleich zum Abendessen und es wird lecker. Ja. Wir wissen nämlich schon, was es gibt. Genau. Ja, also, hallo, ich will noch mal was zeigen, was ich gerade noch so gemacht habe. Guck mal hier. Was machst du? Das hier sind meine schönen Malen. Nein, du musst dann die Kamera umdrehen. Damit, guck mal, du kannst es so rumdrehen und dann musst du den Bildschirm und dann kannst du jetzt mal zeigen, was du gemacht hast. Haltst du? Ja. Dann kannst du es zeigen. Also, ähm, ich habe das hier gemalt. Das ist ganz, ganz schön. Und guck mal hier. Soll ich die Kamera halten? Oder geht's? Nein, 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 nein. Du musst aber schauen, ne? Ja. Ist auch hier. Das habe ich gemalt. Das ist auch ganz, 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 ganz schön. Der Tag ist jetzt zu Ende. Wir gehen jetzt nur noch essen. Wir sind jetzt beim Abendessen und wie gesagt, es ist voll verregnet. So, unser Salat ist jetzt angekommen. Ja. Warte, Oma. So, also wir spielen hier gerade um, äh, Skippo und jetzt haben wir hier unsere Cocktails bekommen. Mareikes. Also mittlerweile finde ich das unfair. Mareike hat noch zwei Karten. Oh, eine Karten. Und ich habe noch über zehn. Und sie kann auch noch weiter machen. Elf. Zwölf. Ist das unfair, Mareike? Ja, ja, sag ich doch auch. Jetzt hat sie wahrscheinlich noch eine Drei. Nee. Also wir sind jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Zimmer und, oh man, mit uns macht man echt was mit. Erst ist unserer Oma ein Glas umgefallen. Dann hat Mareike noch was verschüttet. Dann, ähm, keine Ahnung, haben wir irgendwas blockiert. Also, ja, auf jeden Fall. Reike, komm mal her. Ja, okay. Genau, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Zimmer nach diesen ganzen Lachen. Guck mal her. Dieser Film findet an. Und auf jeden Fall, wir schauen jetzt noch, ähm, ich glaube, der ist plötzlich Familie. Ähm, ist so ein richtig schöner Film, haben wir schon mal gesehen. Der läuft gerade im Fernsehen. Und, ja, genau. Also, den Film haben wir ja jetzt zu Ende geschaut, da war es ziemlich witzig. Ja, wir haben ja nicht ganz zu Ende geguckt, weil wir irgendwie voll müde sind. Aber jetzt gehen wir schlafen. Ja. Und es flackert gerade irgendwie voll, weil hier so LEDs sind. Und irgendwie schafft die Kamera das nicht. Nee. Aber jetzt gehen wir schlafen und, ja, gute Nacht. Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht, es ist 9 Uhr. Ja. Und wir ziehen uns jetzt an und das Wetter ist, glaube ich, nicht so gut. Ey, nee, es ist gestern nach Prüfen gewesen. Das ist heute ganz gut, das ist ein Damsentag heute. Ja. Also, wir gehen jetzt frühstücken. Okay. Und los. Also, wir sind jetzt bei einem Italiener und waren gerade schon ganz viel shoppen, zeigen euch alles im Hotel. Ja. Und jetzt essen wir Nudeln und Pizza. Genau. Also, wir waren gerade shoppen, es ist um eins, jetzt waren wir gerade Essen und ja, jetzt holen wir nur noch die Poliskleiter ab und dann fahren wir ins Hotel schwimmen, mal wie sie können können. Ah ja, hast ja auch schon ein paar Tüten in der Hand, ne? Ja, genau. Genau, genau. Also, wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen und jetzt zeigen wir euch mal, was wir gekauft haben. Genau. Willst du mal mit deinen Sachen anfangen? Gerne. Okay, dann zeig mal. Mareika hat nämlich am meisten gekauft, zeig mal. Ich habe Lasten und Lasten. Ein Kleid, zwei Kleider. Hier. Ja, was noch? Ich habe mir das da gekauft. Eine Bluse. Was da auch. Und noch so ein Pulli, ne? Den dunkleren. Den dunkleren. Genau, ich habe dieselben Pulli in hell. Hier habe ich eine Bluse und so ein cooles Glitzerkleid. Ja, das ist unsere Ausbeute. Ach ja, und noch, ja genau, die Bluse. Ja. Und jetzt, was machst du jetzt? Es geht weg. Genau, und ich werde jetzt wahrscheinlich das Video, also das, was ihr gerade seht, noch weiterschreiben. Und wahrscheinlich auch noch ein neues Video drin. Und dann, ähm, damit wir oben wieder malen und hören Musik. Genau, ist unser Plan. Genau. Also, wir gehen jetzt essen. Genau, wir gehen jetzt zum Abendessen und wir haben schon unsere neuen Sachen an. Mareiks Bluse und meine Brüche. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Abendessen. Heute gibt es Rehe. Lecker. Und los geht's. Los geht's. Guten. Die beiden, die hier sitzen neben dir. Also, das war's heute mit dem Video. Genau. Wir sehen uns morgen für nicht mehr. Genau. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir sind gerade vom Abendessen zurückgekommen. Ja. Und ja, morgen fahren wir auch schon wieder nach Hause. Mhm. Und dann bis zum nächsten Mal. Und damit beendet wir dieses Video hier, weil wir sind vor dem News Media. Genau. Und wir können, um die Monate nicht mehr nach Oberstauern. Nee, aber nächstes Jahr vielleicht. Nächstes Jahr, ja. Genau. Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.